Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum DIY Cinema Lightbox Video. Heute entwickeln wir gemeinsam diese kleinen Leuchter. Ziel ist es, dass ihr einen Einblick in den Vorgehensweisen eines Makers bekommt und vielleicht ähnliche Vorgehensweisen für ihre Projekte nutzen könnt. Let's go! Fangen wir mit der Planung an. Ihr kennt ja diese klassischen Cinema Lightboxes, die man in den Geschenkladen kaufen kann. Aber viel cooler wäre es, wenn es selbstgemachter und das Holz wäre. Ich stelle mir das so vor, dass man eine Vorlage für einen Box aus einem Online-Boxgenerator wie Boxes.py nimmt, die sie dann so bearbeitet, dass die kleinen Grillplättchen hineinpassen und man das Ganze mit einer Milchglasplatte im Hintergrund hinterleuchten kann. Die Hintergrundbeleuchtung kann entweder von keiner Elektronik kommen oder direkt von einer Glühbirne und einer Fassung. Wir öffnen Boxes.py und ich habe mich für diese Gehäuse mit einer Seitentür entschieden, die den Zugang zum Inneren der Kiste ermöglicht. Wir stellen die Parameter ein, die wir in der Planung entstanden sind. Wir laden es herunter und wir öffnen jetzt in Adobe Illustrator, ein leistungsstarkes Vektorzeichenprogramm. Nun müssen wir unsere Standardkiste erweitern und mit den Schienen ausstatten, die später die Plättchen mit unseren Buchstaben halten. Ich habe mir ein Muster gemacht, wie die Plättchenwände alle sitzen werden, um zu planen, wo die Schienen sein sollten. Die Plättchen werden am Ende 25x40mm groß sein, wobei oben und unten 3mm von den Schienen gehalten werden und somit verdeckt sind. Ich habe das Vorderband so angepasst, dass dort Balken sind, die die Schienen halten und auch oben und unten so verbreitert, dass die Schienen unterstützt werden. Außerdem habe ich einfach die Rückseite der Lightbox beschriftet und das WinLab Logo drauf gesetzt. Dann ab in den Laserkotter und ich lasse euch die schöne Lasershow genießen. Dann ab in den Laserkotter und ich lasse euch die Schienen zu machen. Nun wollen wir das Ganze zusammenbauen. Ich empfehle einen Gummihammer zum Zusammenbauen von MDF zu verwenden, aber der war leider nicht zu finden, also habe ich einen normalen Hammer mit Brunsgummi bestückt. Die Boxen von Boxes.py brauchen eigentlich keinen Leim, sie halten durch den Drück einfach so. Für ein haltbares Projekt habe ich sie sicherheitshalber verleimt. Bei diesem Projekt habe ich Holzleim verwendet, für MDF kann man aber auch Sekundenkleber verwenden. Bei den dünnen Teilen sowie der Frontscheibe sollte man sehr vorziesig sein, da diese bei ungünstigen Schlägen mit dem Hammer zum Brechen neigen. Mein Tipp ist daher, niemals direkt auf die dünnen Seiten zu schlagen, sondern immer auf die stabilen vollflächigen Wände. In der Zwischenzeit habe ich mit unseren Schneiderplotter Buchstaben ausgeschnitten und auf die Acrylplatten geklebt. Die Beleuchtung habe ich zunächst durch eine Glühbirne ersetzt, später könnte der Leuchtkasten aber auch mit einem LED-Streifen erweitert werden. Der Effekt am Ende ist schlicht und beeindruckend. Im Vergleich zu herkömmlichen Cinema Lightboxes hat es auf jeden Fall einen rustikalen Effekt und sieht schon cooler aus. Ich hoffe euch, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt nachmachen wollt, schaut bei einem Open Lab Day jeden Mittwoch zwischen 9 und 19 Uhr vorbei. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal!